Emo sein, das ist doch wahrscheinlich Legende hier. Ja, die Legende von Emo. Die Legende von Emo. Oh mein Gott. Die Legende von Emo. Wer kommt jetzt da? Oh, ich will das aufschneiden. Egal, diesmal Wario, ja. Der hat jetzt erstmal so schöne Mappe. Wer kommt jetzt für ein Bild? Bestimmt Frau Schulze. Nee, Bro. Und ich will das noch so schnell kaufen. Und ich will das noch so schnell machen. Und ich will das noch nicht mehr. Bleib noch kurz. Gehe. Da war mal sehr gut. Mies. Geil. Erstmal noch Tröster geben. Ja. Erstmal noch Trösterchen erspielt. So Bobon, du bist es dein Maulheit. Ich bin voll der Angeber, Alter. Kommst du jetzt mal auf Rot oder auf Bowser? Ja. Nix da mit Bowser. Und du halt die Fresse. Nix da mit Rot und Bowser, mein Freund. Warum denn nicht? Jetzt bin ich angepasst. Oh nein. Schon wieder Ritzen. Legend of Emel. Legend of... Legend of Emel. Ja. Emo sein. Ja. Emo sein ist toll. Oh. 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 Legend of Emel. Natürlich schon mal für Legend of Emel. Aber zum Glück nicht. Oh. Oh. Werden Feind supported. The Legend of Emel. Ja. Ja. Ach, doch viel zu. Ja. Sag lieber nichts vorher. Oh. Oh. Werden sogar supported. Tschöste Mixer. Ja. 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 Schweißer. Nein. 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 Das jubelt die Spisse. Das empfällt mir auch. Da kann ich jetzt die Support kriegen. Ja, man, schon lange Zeit, ja. Verpiss dich mit deinem Penis, du Sack, ey. Verpiss dich mit deinem Penis. Schneller, 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 yes. Erstmal die Großen und dann... Erstmal die Großen Runden. Piss dich, Qualle, du Sackesichtig. Warte doch mal da stehen sie jetzt. So, das hoffen wir nicht. Alles für Wärme. Wer wird gewinnen? Deine Oma oder Schriowee? Das wird nichts mein Rumpel, das wird nichts. Da muss jetzt eine Ritzelratze kommen, ja. Und das ein Extremer. So, Lulu, du bist dran. Oh weh. Okay. Erstmal zwölf Münzen Abzug. Das ist eine Ritzelratze. Das ist eine Ritzelratze. Und das ist eine andere Ritzelratze. Oh, Soccer. Tanz in Jimbo. Ich wär... Wieso bin ich schwerer, weil das denn... Kapituliere ich, ja. Die schwerer wär gelb, rot, rot. Gelb. Blau, gelb, rot, gelb. Blau, gelb, gelb, rot. Hab's denn hier einfach herbekommen, du hast hier verkauft. Ja. Sehr geil. Ich find's aber lustig. Irgendwie. Wurde schon belohnt und hab's hier eingereiten. So. Ach, dieser Scheiß-Gates-Kram-Game, ey. 30 Sekunden. Was soll denn der Scheiß? So, lass es war, wenn das dann nicht exekutiert wird, ja. Das wäre mich echt peinlich, weil ich nicht für ein Freund von Wario bin. Da war bei den Computerkämpfen immer der Jesus und der Ausseil der Messias und deshalb...